Lösung in Sicht für die Riesenpanne bei Toyota. Nach dem weltweiten Rückruf von Autos will der japanische Autobauer mit einem zusätzlichen Bauteil Millionen von Gaspedalen sicher machen. Die Pedale der Modelle Aigo, IQ, Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis und RAV4 sollen so verstärkt werden, dass sie sich nicht mehr verklemmen können. Den Anfang machen sollen Toyota-Händler in den USA. Ihre Kollegen in Europa sollen folgen. Dort sind 1,8 Millionen Fahrzeuge betroffen. In den Vereinigten Staaten starben in den vergangenen Jahren 19 Toyota-Fahrer bei Unfällen wegen klemmender Gaspedale. In Europa hat Toyota eigenen Angaben zufolge nur wenige Vorfälle registriert, in Deutschland keinen einzigen. Der französische Autokonzern PSA will wegen der Probleme mit den Pedalen fast 100.000 Autos in Europa zurückrufen. Betroffen sind Peugeot 107 und Citroën C1. Sie stammen aus einem tschechischen Werk, das PSA mit Toyota betreibt.